Hallo, herzlich willkommen bei MöweKo. Wir arbeiten mit dem Persönlichsten von Ihnen, Ihrem Zuhause. Das möchten wir natürlich am besten für Sie einrichten. Wir sind ehrlich in der Beratung, zuverlässig und immer auf dem aktuellsten Stand, um das Beste aus Ihrem Zuhause herauszuholen. Wir möchten Sie heute gerne mitnehmen in unsere unterschiedlichen Wohnbereiche, die wir in den letzten drei Jahren immer für Sie aktualisiert haben. Wir legen großen Wert auf Wohlfühlatmosphäre. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und entwickeln die für Sie optimale Lösung auch in Ihrem Schlafbereich. In unserem neuen Küchenstudio können Sie sich Inspirationen für Ihre neue Traumküche holen. Wir unterstützen Sie hierbei gerne mit unserer Planungssicherheit, Offenheit und Kompetenz. Wir planen mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle neue Küche. Wir unterstützen Sie, dass Sie den für Sie passenden Mix aus räumlichen Vorgaben, Wunschvorstellungen und Budget finden. In unserem Mustercenter sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Ja, natürlich ist unser Ziel und auch unser Versprechen, dass die bestellten Möbel bei Ihnen super toll ankommen und dass alles tippitoppi funktioniert. Aber wie das Leben nun mal so ist, nicht immer läuft alles glatt. Manchmal ist eine Beschädigung an dem Möbel dran oder irgendwas anderes ist komisch. Und gerade an der Stelle, da lassen wir Sie nicht alleine. Gerade da stehen wir extra da und arbeiten so lange daran, dass es genau so ist wie versprochen. Und ja, so sind wir. Und ja, so sind wir.